unser neues Zimmer erreichen wir jetzt über diese Treppe und da haben wir hier vor eine kleine Sitzbank und wir haben hier ein größeres Zimmer. Da ist noch so ein zweites Bett mit drin. Das Bad ist wie gesagt unten, das ist nicht ganz so schön wie drüben, aber deswegen bestanden die anderen wahrscheinlich auch für ihre Reservierung und hier sieht man aber auch mal die Küche, also hier ist so ein Gemeinschaftsaufenthaltsbereich und da drüben auch noch mal und da vorne ist eben die Küche, da gibt es auch Herdplatten und all sowas und wahrscheinlich hört ihr auch ein Brausen im Hintergrund, das ist nämlich das Meer. So mal schwenken, mal da hoch, da hinten seht ihr das Meer. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Das war eine Rollerfahrt und das war echt spannend. Wir haben uns ja Roller hier gemietet, um hier überhaupt ein bisschen vom Fleck zu kommen. Und das war ganz lustig, weil ich habe mir ja Röcke geholt lange und mit denen kann ich mich ja dann nur quer hinten hintersetzen. Und ja, habe dann aber so eine Hand frei und habe damit dann einfach mal gefilmt. Nicht durch den Ort hindurch. Das versuche ich vielleicht morgen oder so nochmal einzufangen. Das ist halt auch sehr spannend. Der Ort an sich hier ist, wie gesagt, recht schön, weil da auch immer viel cool und so dazwischen ist. Und ja, das, was ich euch gefilmt habe, war die spannende Holberstrecke, wo ich echt total Schiss hatte, dass sonst irgendwas passiert. Und ich wollte euch eben noch irgendwas erzählen. Ich habe es aber völlig vergessen. Vielen Dank.